Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute ich habe ein paar kleine technische Probleme wieder mit OBS, dass er dieses Spielaufnahme nicht machen möchte. Deswegen seht ihr hier unten diesen Rand. Ah, ist doch schlimm! Ich habe bis 16 Uhr Zeit, das heißt wir müssen heute schneller vorankommen wie nur zwei Stunden. Und jetzt schauen wir was da hinten ist. Was hört auf uns wartet, aber ich will eine andere Farbe. Die Farbe ist nicht so schön. Hallo? Ach okay, dann geben wir auch den Kolibri, glaube ich, eine Chance. Dort in der Ecke wird doch locker irgendwo Pilze auf uns warten. Und was ist da oben? Fragen über Fragen. Mache ich das schon, das wäre ein neues Tier. Hallo? Ist hier was? Als ob ich da nur runter muss. Hier wird doch bestimmt irgendwo was sein. Hier sind wieder kaputte Häuser. Was ist das da hinten, was da leuchtet? Das sind Häuser. Was zum Teufel ist das für eine Fläche? Ah, da hinten. Ah, warte. Da im Haus, das sehe ich doch was. Ähm. Was war denn das jetzt? Äh, dann lass uns mal ohne Fliegen da runter gehen. Ist vielleicht ein Fehler? Und wo ist es nicht? Fuchs. Äh, Fuchs sag ich. Wolf. Obwohl, lass uns mit Fliegen machen. Das ist schneller. Dort im Wasser müsste doch was sein. Wenn ich da irgendwie einen Fisch sehen würde. Hallo, ist hier ein Fisch? Ah, da geht's doch wo rein. Hallo? Ist hier was? Hallo? Da bitte. Ich bin da bitte durch. Alter. Ich weiß, ich beschwöre mich ständig. Aber dieses Tier ist so langsam leider. So. Wie das aussieht, gell? Das Spiel ist echt schön. Wir gucken jetzt mal gar nicht so aufs Landliche. Ich will einfach nur wissen, was dort bei diesen Höhlen uns erwartet. Und zwar was da hinten ist. Das erkunden wir, äh, obwohl eigentlich können wir das ja jetzt schon erkunden. Aber guck mal, hier sind kaputte Häuser. Ich möchte wissen, was das da für ein Tempel war. Der letzte war ja schrecklich. Hä? Warum brennt das da? Hä? Was? Also jetzt reicht's langsam, Leute. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich von diesem fliegenden Geist heißt. Ähm. Was ich da denken soll. Ich wusste es schon die ganze Zeit nicht. Aber, nur weil wir, nur weil wir Wölfe gerettet haben, die gegen die Menschen kämpfen mussten, deswegen soll mir jetzt schlecht sein. Ich, 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 ich fress diesen Kugelgeistgeil bald auf. Auf zum Palast. Ich fress den bald auf. Was erwartet uns nur in diesem Palast? Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Hallo? Nicht runter? Lecker. Ich soll weitere Erinnerungen finden, okay? Dann, obwohl, warte, wir verwandeln uns mal wieder zum Wolf. Hallo? Der hinten ist noch. Unser Berg. Ich geb' denen gleich unser Berg. Da oben werden doch locker noch Erinnerungen sein. Hier ist es dunkel, aber du hast ja mich dabei. Ja, ja, da ist ein Pilz. Ich hab als Fünfe müssen da hinten definitiv nochmal hin. Ach Gott, ist diese Treppen lang. Was leuchtet da? Was ist da? Wenn es jetzt wieder was gegen Wölfe ist, gell? Kleine Figur einer Frau, okay. Dann hier lang? Bitte sag mal, dass es hier kein Labyrinth ist. Es sieht so ein bisschen nach Zellen aus. Sag dich doch! Und das heißt, der Typ gut, gell? Ja, sie wurden befreit. Seht ihr? Oder, ja. Da laufen sie. Nein, ich wollte mich jetzt noch nicht ver... Okay. Dann rollen wir jetzt da... Ich sag da rollen. Juhu! Roll, 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 roll. Ja, ist ja schön, die sich rollen immer. Juhu! Juhu! Hallo? Was ist denn das jetzt schon wieder? Hallo? Hier ist es eingestürzt. Was war denn das? Kann ich da... Könnte ich wieder durch? Ah. Ah, ich kann da nicht durch. Da kann ich hoch. Dieser Palast ist atemberaubend, nicht wahr, Wolf? Ehrlich gesagt finde ich... Wie viele Menschen es wohl brauchte, ihn zu errichten? Ehrlich gesagt finde ich diesen Palast sehr traurig und gruselig. Klar ist das schön, wie er gebaut ist. Aber schon alleine, dass wir die... Ich bin ganz ehrlich, seitdem ich dieses Toil gesehen habe mit dem Wolf... ...seitdem, ähm... ... bin ich ein bisschen skeptisch hier. Hä? Was denn jetzt? Wir sind im Thronsaal. Oh nein. Unglaublich, dass ich zurück bin. Thronsaal. Ich will gar nicht wissen, wer da regiert hatte. Wenn das jetzt dieser Kugelgelst ist. Thronsaal. Gib dir gleich Thronsaal. Nee, tut mir leid, Leute. Aber das mit den Wölfen... Da hat's... Da hat's... Das ist hart. Hm? Wer zum Teufel ist das? Ja, danke. Ja. Ja, danke. Da ist entspannt. Bye. Vielen Dank. Aufstände, Krieg. Oder? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist das lange nicht das Ende des Spiels. Okay, hört uns nicht mehr zu. Wir haben übrigens gerade eben ein anderes Tier gesehen. Ja. Diese Stadt, die ist hinüber. Guckt euch das doch mal an. Ich meine, Rache. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich weiß nicht, was ich denken soll, aber die Story ist einfach nur noch dran. Wo müssen wir hin? Die Mauer können wir auch nicht brechen. Leute, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Was ist der nächste Schritt? Wie können wir das wieder gut machen? Wir können noch mehr herausfinden. Ich weiß es nicht. Misse läuft uns immer noch hinterher. Ja. Wir haben das Weiße nicht mehr. Wir haben die Liebe. Amen. Wenn das der Grund für deine Verbannung ist, glaube ich nicht, dass du jemals Erlösung finden wirst. Du hast das sicher nicht gewollt, aber ich habe bestimmt auch Fehler gemacht. Aber vielleicht verdient jeder eine zweite Chance. Komm. Wir sind ein Team, du und ich. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Es gibt einen Ort, an dem sogar du Erlösung finden könntest. Der Sonnentempel. Hoch oben im Gebirge, wo unsere Urahnen der Stadt des Lichts so nahe gewesen sind. Das war wirklich... ...über allem, was auf Erden lebt. Wenn wir es dahin schaffen, kannst du bestimmt um Vergebung bitten. Das war wirklich ein Fehler. Das mit den Wölfen, das haben wir gut gemacht. Aber die ganze Stadt zu zerstören, das war mehr wie falsch. Na gut, Leute. Alter, wieso machen wir das so fertig? Ich bin vier Minuten zu spät zum Aufnahmetermin. Okay. Leute. Das war's mit dieser Folge. Es... Ich weiß nicht, was ich sage, aber das ist einfach nur krank. Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war echt krank, Leute. Ich schneide gerade das Video. Heute ist der 5.5. Es ist halt schon eine Weile her. Die Aufnahme. Nur es ist extrem krank. Mir ist extrem viel aufgefallen beim Schneiden. Und ja. Ich habe am Ende wirklich schon ein paar drin bekommen. Die Story, die ist echt, echt krank. Aber es wird definitiv noch weiter gehen. Braucht euch gar keine Gedanken zu machen. Und ich habe es dann doch am Ende hinbekommen, dass ihr den Rand nicht so sehr seht. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.